Hi Leute, ich bin hier, wie ihr seht, auf einem Reiterhof. Das ist der Name Jasmin. Und ich zeige euch wieder einfach mal so, wie es hier aussieht. Hier sind die Äschen. Das ist der Leo, Marlina. Dahinten liegt Lucius, Prinzessin, mein absoluter Liebling. Mit, hier ist der unten Toni, dann ist das hier der Rambel, Rudi, der wichtigste. Und da oben, da haben wir eine Babys. Ne, das ist die Mama, die Anna. Die sind so süß, die Babys.